Herzlich Willkommen zurück zu Anno2205. So, wir sind aktuell ein bisschen am Upgrade und das würde ich auch gerne so ein bisschen noch weiterführen. Denn danach werden wir definitiv erstmal unsere Ressourcen ja so ein bisschen anpassen müssen, weil... Oh, eine schöne Werft und sie setzt nur Staub an. Ja, denn wir brauchen definitiv noch ein paar Einwohnerzahlen mehr. Ja, sonst wird das ganze Thema alles nicht reichen und dann haben wir wahrscheinlich zu wenig und naja, das ganze Thema halt, ne? So. Ich guck mal gerade, aber Unterschiede gibt es da eigentlich nicht. Eigentlich. Die Transferroute leidet unter adäquater Warenversorgung. So, ich denke, das genügt da erstmal. Das machen wir nicht so. Okay, wir haben kein Baumaterial, ja. Das ist irgendwie so langsam, aber sicher eine Plage. Aber egal, wir haben ja genug Kohle. Transferroute nimmt Betrieb auf. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir hier irgendwie zwei kleine Blocks rein. Okay. Na ja, habe ich mir fast gedacht. Ich bin so. Nee, Quark. Hm. Machen wir ganz anders. Das machen wir so. Warum sollte ich nicht? Was soll ich dann? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Also. Ja Mist aber auch. Aber müsste eigentlich passen. Jawohl. Ja also kleine Blocks kriegen wir denke ich hier ohne Ende auch überall mit Zwischen. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Nee. Warum sollte ich nicht für Sie abholen? Ja ich weiß uns werden gleich glaube ich mächtig viele Ressourcen fehlen. Aber ja das ist dann so. Okay. Also U-Bahn-Anbindung fehlt auch schon mal. Das ist doch ein. Transferroute ineffizient. Ursache fehlende Waren. Und da passt immer noch einer Zwischen. Ich würde mal sagen wir brauchen langsam aber sicher noch ein bisschen Strom. Ja der reicht nämlich nicht mehr. Nicht dass wir die Produktionen nicht mehr gewährleisten können. Dann werden wir erstmal ganz schnell ein bisschen Strom zaubern. Weiß ich so 6-7.000 denke ich mal werden erstmal reichen. Äh. Jo. Ist die Frage ob wir den Platz dafür haben, ne? Verdammt aber auch. Hm. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Once schlandsвинert. Oh mein Gott. All Reportier. Warnung, Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. 16. So, wenigstens Energie haben wir wieder. Ja, aber ich würde mal sagen, hier ist nichts mehr irgendwie so großartig mit Strom. Ja, ein paar bionische Hände, aber... Transferhute ineffizient. Ursache, fehlende Waren. Transferhute ineffizient. Ursache, fehlende Waren.